Das ist Baby Otter Kartel. Er ist nur wenige Monate alt, doch Kartel ist schon ein richtiger Star im Internet. Egal ob auf Facebook oder Instagram, Kartel und seine menschlichen Zieheltern verzaubern die Netzgemeinde. Er wird im Dezember 2016 geboren, seine Zieheltern sind Menschen. Aber auch mit Menschen kann er jede Menge Spaß haben. Auf Instagram hat Kartel über 77.000 Follower. Kein Wunder, bei diesem verspielten Otterbaby kann man auch nur schwer widerstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017